Guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind heute unterwegs, die Marlene und ich, zum Golfclub Eschenried. Wir haben einen Gutschein dabei, den werden wir heute Abend versteigern. Schauen wir mal, was uns heute so erwartet. Ebenfalls einen wunderschönen guten Morgen von mir. Wir haben ein gutes Wetter mitgebracht und freuen uns schon auf den heutigen Tag. Musik Deine Gäste, herzlich willkommen im Golfclub Eschenried beim Buch. Guten Abend, liebe Gäste. Heute haben wir einen Gutschein dabei vom Posthotel Atenkirch. Der wird jetzt dann gleich versteigert. Schauen wir mal, was wir erzielen können für einen guten Zweck. Und seit acht Jahren habe ich die Gruppe Handicap Style. Ich war überrascht, was Golf mit Menschen, mit Einschränkungen macht. Und ich kann jetzt hier heute Abend euch alle ganz, ganz herzlich Danke sagen für die Unterstützung, weil es gibt uns mehr die Möglichkeit, unsere Gruppe zu erweitern. Bei der Landesschule für Körperbehinderte in München, was an der Landesschule passiert ist, gelebte Inklusion seit 20 Jahren schon. Warum lernen oder sollen oder können unsere Kinder an der Landesschule mehr als lezenschreiten rechnen lernen, was ja normalerweise Sinn und Zweck des Schulbesuchs ist. Und wenn Sie mich jetzt fragen, für was das gut sein soll und was wir damit verfolgen, dann sind mir eigentlich vier Gründe eingefallen. Der erste ist immer bei den genannten Sportarten ein therapeutischer Nutzen, in ganz ausgeprägter Maße. Der zweite ist eine Möglichkeit der Gemeinschaftserfahrung mit einer Gruppe, sich zusammenzufinden und einer Freizeitbeschäftigung nachzugehen. Dann ist der dritte Punkt auch angesprochen, Freizeit jenseits des Internets, glaube ich heutzutage gerade auch für Kinder mit Beeinträchtigungen, ein ganz wichtiges Thema. Und das vierte ist, ich habe angedeutet, Sie können vieles nicht so gut wie vergleichbare jugendliche Kinder an einer normalen Schule, aber Sie können etwas, was anderen nicht möglich ist, beispielsweise Kurs spielen lernen. Das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Beitrag auch zur Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühlen. Ich schwärme immer, wenn ich im Posthotel bin, von den hervorragenden Florentinen, wo ich sagen könnte, dass ich jedes Buffet stehe. Aber da kann bestimmt ein bisschen mehr sein, wie nur bei meiner Florentine. Guten Abend, liebe Gäste, einer von Ihren wird dann wahrscheinlich bald einmal ein Posthotelgast sein. Wir haben einen Gutschein dabei zur Verlosung und den neuen Besitzer dessen erwartet bei uns 7.000 Quadratmeter Wellness. Wir sind ein Luxushotel nur für Erwachsene. Wir haben Pools, Saunen, liegen zwischen Karendl und Trofanen in Tirol. Wir haben auch einen eigenen Neunloch-Golfplatz direkt vorm Haus. Ja, und auch Wassersport kommt bei uns nicht zu knapp. Also Sie können sich bei uns rundum verwöhnen lassen. Auch Haugenküche haben wir im Haus. Ja, genießen Sie die Zeit bei uns, ich freue mich schon auf Sie. Hallo, Herr Wacker. Haufenküche ist nicht weit. Wer hat Lust, das anzuschauen? Ab 200, 300, dann Stefan. 350, 400, 450, 500, 550. 600, 650, 650 zum Ersten, 650 zum Zweiten, 700, 700 zum Ersten, 700 zum Zweiten, 700 zum Dritten.